Oh Gott, er springt über die Kiste, ich glaub's nicht. Womit hat er das denn eben nicht gemacht? Ja, sorry Leute, so läuft das. Was jetzt? Ich hab keine Ahnung, das ist mir auch egal. Ich hab keine Systeme hinter ihnen, wahrscheinlich um dich aufzuhalten. Ich versuche es wieder online von hier. Ja, klar, machst du das. Äh, was haben wir hier? Da geht er nicht runter. Ja, nach großartig Geheimorten oder so einer Scheiße brauchen wir hier natürlich auch nicht suchen. Das sollte auch jedem klar sein, ne? Oh! Oh, fuck! Scheiße! Ui, da hat er aber Bautz gemacht gerade, ne? Oh, Barracuda! Ich glaube, das war das Ding, was ich gut finde. Jawollska! Oh yeah! Now, you get shot! Kontakt! Hallo, Kontakte! So ein Headshots könnte schon übel sein, ne? Kontakt! Oh Gott, ich hab, ich hab, ich hab ihn eben gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre einer von meinen Leuten. Nehmen wir hin! Okay. Okay. Oh! Auf dem Weg niedergemäht, Leute. Okay, mal ganz kurz, äh, ausruhen, denn da kann ich kurz dazu erklären, unsere Kondition erlangen wir nicht durch, ähm, irgendwelche Drinks oder Futter wieder oder Binden, sondern unsere Charaktere, ähm, heilen sich mit dem Moment warten, also ohne Action, laden sie sich wieder auf. Ist unser Partner tot oder ich, kann man zu dem hingehen und wie ein Eingabebefehl machen, um ihn wiederzubeleben. das dazu. Hier, jetzt mal, als, äh, fauler Mensch. Genau, mein Lieber. Ja, ich hätte es nicht anders besser sagen können. Ah, knacke den Hilfsgenerator. So, der, wo ist? Ich habe eben gar nicht geguckt, ob wir auf der rechten Seite auch noch eine Tür sind, aber ich glaube, nein, deswegen, ja, deswegen müssen wir wieder dort hin. Aua, Treppe runtergefallen. Okay, wir müssen hier lang. Da ist eine Tür aufgegangen, wie man sieht. Stairs. Jawoll, Ska. Achso, wir kriegen auch angezeigt, wo wir hin müssen, logischerweise, jetzt sind es noch 28 Meter. Das Grüne wird immer angezeigt als dein Ziel. So, wer will, wer will jetzt mal Stonewall machen? Achso. Nächstes Mal darf dann, äh, Quan Chi, äh, Quan Chi, äh, Man. Sure thing. Hoch geht's. Oh, Granaten, oder? Ne, Munition für die Firefly. Scheiße, ich hätte mir Granaten gewünscht. Hm. Aber hier. Parakuda, Munition, okay. Ich hätte mir trotzdem Granaten gewünscht. Ah, ja, ja, ich weiß nicht, die Rücken. Die Rücken, jetzt. Not, ja, ja. Ich bin schier. Nee, sie hat den drauf. Mann. Jawohl, haben wir. Was mit ihm eben gerade passiert? Oh. Oh, krass, es läuft gut hier. Kommt schon einer von euch? Nussköppen hier helfen. Gott sei Dank. Die stehen da unten? Die auch irgendwas? Alter, ich fresse langsam. Wisst ihr das? Ach. Wichser. Kann nur, dass die ganze Zeit Schiss abkriegen, wenn die hinter mir stehen. Gut, dass die mich so gut sichern, meine Kollegen. Ah, am Ende. Wegen kundelgeteilt. Shit. Alles klar. Oh, shit. Weich. Okay. Alles klar. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das... Tschöntchen, Magazin. Ah, ist schon geil. Der Junge hat Probleme. Aber wir sind es doch nicht so hässlich wie die anderen. Also, ich meine, sie ist natürlich schon heiß, aber irgendwie ist sie auch scheiße. Gut. Wir mussten wieder hoch. Ich habe es gerade nicht... Oh. Oh, das gibt es doch nicht. Oh. Ich habe es auch schon. Shit. Shit. Oh. Oh, ich werde mal mit in deine Ecke rein. Ich hätte einfach ohne mich an YouTube... ...ohne mich an YouTube berichten zu wollen, um was aufzunehmen, hätte ich viel lieber einfach nur Resident Evil 4 spielen sollen. Chill. Okay. Und nur weil ich jetzt gerade so labere, ist das natürlich nicht das schlechteste Spiel der Welt. Am Ende kann man auf was ballern. Äh... Yeah, here we go. Without our sabotage systems behind them, we are going to have to push hard if we are going to catch up with them. We got to catch up with them. With bio with them. Okay, hier nichts. Also geht's wohl hier rein, oder? Ne, hier geht's rein, alles klar. Okay, Filmsequenz, alles klar. Okay, wir sehen Alfa, aber wir können nicht nach ihnen kommen. Wir brauchen Sie, dass Sie die Blanche auf unsere Position öffnen können. Ich arbeite. Lillen. Ich habe niemals gebeten sie, wie sie. Sie hat eine Börlige Gesichter mit ihr. Das ist nicht so einfach. Ecke, wenn Sie sich aufzunehmen, Alfa, beachtest. Ihre Ambrosia-Suits sind nicht fully online, hier. Das ist wieder Momo. Äh. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall unsere, nennen wir es mal Oberbösewicht, oh scheiße, Oberbösewicht, ähm. Ja, 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 ist ja alles schön, ist alles schön. Shit, oh wie schalte ich die scheiß Granaten wieder aus? Jetzt habe ich schon wieder so eine Wichse gemacht. Hinter euch wer? Und hier Granaten? Nee. Wir können später übrigens sogar Sniper-Munition kriegen, was ja meine favorisierte Waffe ist, aber wirklich erst später und leider nicht oft. Wir sind also wirklich die ganze Zeit mit diesen verfickten, äh, Gewehren, die wir hier haben, quasi hier damit zu kämpfen. Yo, netter Looping. Ähm, was wollte ich davor noch sagen? Äh, okay, ich werde jetzt nicht hier, wie die die ganze Zeit an der Fensterscheibe stehen. Und warten, dass ich mal mit einem meiner drei Waffen krümel. Oh, Alter. Oh, war das unnötig. Ey, ich hatte den doch schon geambusht. Um es mal modern zu sagen. In Deutsch. Oh, Lord Helmchen, das war's. Ähm. Ich weiß trotzdem hier, was ich da davor erzählen wollte. Leider. Das war bestimmt was Großartiges. Wie ich kenne. Wo kam das her? Wo kam das? Oh, da oben. Oh, klar. Da ist auch alles im Arsch. Dann wollen wir mal. Ich glaube zwar nicht, dass wir rennen wir überhaupt gerade richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. 25 Meter. Ich springe erstmal hinter eine Mauer. Ähm, hier müssen wir um die Elke gehen, Leute. Ähm, ja. Wir müssen hier hoch. Oh, ach so. Und dann ist das auch schon vorbei, ohne dass ich was gemacht habe. Jedenfalls... Oh, ja. Patzen. Jedenfalls waren diese drei Kollegen, waren unsere Main Enemies im Spiel. Ähm. Ich kann mich an den einen davon gar nicht erinnern, dass man gegen ihn überhaupt kämpft, aber ich sage euch, dieser Fette mit den Raster, mit den Dreads, was ein Hurensohn-Endboss. Boah, da war das einzige Mal, wo ich in diesem Spiel wirklich ausgerastet bin. Ich habe, glaube ich, eine Stunde für den Kampf gebraucht und bin einmal gestorben. Und das war das erste Mal 45 Minuten in dem Kampf gebraucht, wo ich ihn besiegt habe, weil ich nichts geschnallt habe und so viel los ist. Alter Freund. Fortsetzen. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Und wo müssen wir lang? Ah ja, wir müssen eine Konsole hängen. So, wen haben wir denn hier mal zur Auswahl? Ach hier, mehr Saiten war noch gar nicht, ne? Mach mal ein bisschen hin. Wo bleibst du denn, mein Freund? Und was tanzt du da so rum mit deinem Affenbein? Ich habe gesagt, du sollst dir... Sag mal, willst du mich... Willst du mich reizen? Bin ich dein Chef? Hä? Bin ich... Bin ich dein Chef? Wo bist du? Wo bist du? Komm hier sofort her. Da. Wo bist du? Ich habe dir gesagt, du sollst die Konsole hacken, Alter. Nicht zittern. Boah, ja, natürlich kannst du zittern von mir. Ich bin dein Chef. Hack jetzt diese Konsole. Hack sie. Also, geht doch. Geht doch. Geht doch. Komm, komm. Hack sie jetzt. Geht doch. Geht doch. Und, war das jetzt so schwer? Okay, ja, Guardian Troops. So, okay. Merz, jetzt kannst du, ähm... Oh. Oh, fuck you. Okay. Die Kollegen kommen von unten. Sorry. Aber einer von uns hier muss ja schlau genug sein, um sowas, ähm... zu reden. Oh.